Du bist schon in Rente oder stehst kurz vor dem Ruhestand. Dann weißt du mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Schwerbehindertenausweis entweder ganz ohne Abschlag oder mit weniger Abschlägen in die Rente kommt. Wie ist es aber, wenn man die Schwerbehinderung erst nachträglich anerkannt bekommt? Also wenn du bereits schon in der Rente bist, bedeutet das, dass du dann im Nachgang in die andere Rentenart wechseln kannst mit weniger Abschlägen? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Also, das Baby, um das es heute geht, sprichwörtlich, das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. So heißt das offiziell. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen eröffnet dir die Möglichkeit, dass du entweder bis zu zwei Jahre früher ganz ohne Abschlag in die gesetzliche Rente kommst. Oder, wenn es noch früher gehen soll, kannst du auch noch drei zusätzliche Jahre früher in Rente gehen. Also maximal insgesamt fünf Jahre früher. Dann kostet aber jeder weitere Monat 0,3 Prozent deiner Brutto-Rentenansprüche. Voraussetzung hierfür ist einmal der Schwerbehindertenausweis, klar. Und du brauchst noch eine 35-jährige Wartezeit in der Rentenversicherung. Dazu mehr unter diesem Video. Aber du ahnst es sicherlich schon, das funktioniert ja nur, wenn der Schwerbehindertenausweis schon da ist. Nur dann kannst du diese besondere Rentenart in Anspruch nehmen. Hast du die Schwerbehinderung nicht und kommst nur auf diese 35 Jahre Wartezeit, nicht auf die 45, das wäre wieder was anderes, dann bleibt dir als Alternative die Altersrente für langjährig Versicherte. Mit der kannst du ja auch schon frühestens mit 63 in Rente gehen. Hier kostet auch jeder Monat, den du früher gehst, 0,3 Prozent deiner Rentenansprüche. Aber insgesamt ist der Abschlag trotzdem um 7,2 Prozentpunkte höher als bei der Behindertenrente. Das machen wir mal an einem Beispiel, sonst ist es schwer nachzuvollziehen. Nehmen wir mal den Jahrgang 1964. Müsste eigentlich bis 67 arbeiten. Mit Schwerbehinderung und 35-jähriger Wartezeit wäre eben die Rente mit Behinderung drin. Und dann könnte man schon mit 65 ohne Abschlag in Rente gehen. Wenn man jetzt keine Behinderung hat und nur die 35-jährige Wartezeit, dann gäbe es noch die Altersrente für langjährig Versicherte. Man kann da gar nicht ohne Abschlag in Rente. Und wenn du eben mit Abschlag in Rente gehen möchtest, dann geht der Abschlag bei 67 los, also beim gesetzlichen Renteneintrittsalter. Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen beginnt der Abschlag ab 65. Deswegen dieser große Unterschied. So, und jetzt genug der Vorräte. Wir wollen ja wissen, wie es für dich aussehen würde, wenn du schon in der Rente bist und dann im Nachgang die Schwerbehinderung bekommst. Also nehmen wir an, du bist jetzt seit drei Jahren Rentner, bekommst jetzt eine Schwerbehinderung und du möchtest jetzt natürlich gern in die Altersrente für Schwerbehinderte wechseln, weil dann der Abschlag geringer ausfallen würde und du deswegen auch mehr Geld bekommen würdest. Und da muss ich jetzt leider eine schlechte Nachricht überbringen. Das ist nämlich nicht möglich. Wenn du einmal in einer Altersrentenart bist, egal um welche Art es sich hier handelt, dann bleibst du auch in dieser Art. Du kannst dann im Nachgang nicht mehr wechseln. Das bedeutet aber auch, nehmen wir es mal andersrum an, wenn du jetzt mit der Schwerbehinderung in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gewechselt bist, mit einem befristeten Schwerbehindertenausweis und der jetzt ausläuft, dann behältst du trotzdem die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die musst du dann auch nicht abgeben. Deswegen ist es manchmal echt sinnvoll, gerade so mit Anfang 60, wenn dann diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen möglich wäre und der Schwerbehindertenausweis aber auszulaufen droht, dass man da noch ein bisschen, ich will nicht tricksen sagen, aber zumindest so ein bisschen seine Rechte kennt. Und dazu mehr in diesem Video. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald!